Beim Elfmeterschießen erreicht ein Fußball ein Tempo von 120 kmh. Der Tormann kann den Fußball fangen, zurückfausten oder ablenken. Welche Kraft dazu notwendig ist, können wir aus der newtonschen Bewegungsgleichung ermitteln. Die Masse des Fußballs bleibt konstant. Wir nehmen auch an, dass die Einwirkungsdauer in allen drei Fällen gleich groß ist. Ausschlaggebend für die Kraft, die der Torhüter auf den Fußball ausüben muss, ist also die Zusatzgeschwindigkeit, die der Ball erhält. Angenommen, in allen drei Situationen ist die Anfangsgeschwindigkeit gleich groß, so können wir uns mit Hilfe von Vektoren überlegen, welche Zusatzgeschwindigkeit jeweils notwendig ist. Möchte der Tormann den Fußball fangen, so muss die Endgeschwindigkeit 0 sein. Das bedeutet, die Zusatzgeschwindigkeit muss gleich groß wie die Anfangsgeschwindigkeit und entgegengesetzt gerichtet sein. Beim Zurückfausten ist die Zusatzgeschwindigkeit wieder entgegengesetzt gerichtet. Das Zusatztempo muss jedoch größer sein als das Anfangstempo, damit der resultierende Geschwindigkeitsvektor in die Gegenrichtung zeigt. Wird der Ball abgelenkt, so zeigt der Vektor der Endgeschwindigkeit übers Tor. Hierzu reicht ein relativ kurzer Vektor für die Zusatzgeschwindigkeit. Er zeigt hingegen in eine andere Richtung als in den anderen beiden Situationen. Umso größer die benötigte Zusatzgeschwindigkeit ist, umso größer ist die Kraft, die der Tormann aufwenden muss. Betrachten wir die Geschwindigkeitsvektoren, so braucht der Tormann am meisten Kraft zum Zurückfausten. Für das Fangen des Fußballs braucht er etwas weniger Kraft. Beim Ablenken ist die Zusatzgeschwindigkeit am kleinsten und somit auch die benötigte Kraft. Gleichzeitig kann der Tormann, weil er beim Ablenken am wenigsten Kraft braucht, sein Verletzungsrisiko verringern.